äh, wo kann man das denn wiederholen, zum Checkpoint laden so, und nochmal, zum Mist so, Latouche verfolgen ich will's mit der Phantom Club ich weiß, als er den Untergrund übernahm leg dich auf einen von denen und du lächst da wie eine Katze vor'n Kamin im Eilschritt, Leute, seine Hoheit ist kein Freund von Trödelei wer bist du? keinen Schritt weiter fass mich nicht an zurück mit dir schade hat ja klappen können war nur so ne Idee, meine Güte mhm ok, nochmal schade ich weiß, wo die Schornsteine sind welche denn? die, die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrund übernahm leg dich auf einen von denen und du lächst da wie eine Katze vor'n Kamin im Eilschritt, Leute seine Hoheit ist kein Freund von Trödelei und du lächst da und du lächst da wer bist du? keinen Schritt weiter fass mich nicht an funktioniert das mit dem Kling mhm zurück mit dir mhm 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 ganz kurze Sekunde mal verpassung halten wie geht das mit der versteckten Klinge ein? ok schafft's ok ok mhm mhm wie die seine Hoheit einbauen ließ als er den Untergrund übernahm leg dich auf einen von denen und du lächst da wie eine Katze vorm Kamin mhm ich stehe jetzt gar ein bisschen auf dem Schnaub oder versteckten Klinge oder mit dieser Phantom Klinge funktioniert das? wer bist du? wer bist du? keinen Schritt weiter fass mich nicht an zurück mit dir wo nicht ne Ich verstecke mich. So. So, jetzt weiß ich ja ungefähr, wo der Landkirche... Ähm. Oh, nee. Nein. Was mache ich da? Ich bin weg. Tschüss. Äh, wo ist jetzt Figur X? Ich bin weg. Scheiße, wirst du? oh Na komm, die mache ich jetzt auch alle. So, wo ist der eine? Okay, weg. Da ist er, oder? Ich glaube, ich... Ja. Er ist tot hier. Dann werft ihn in die Goss und schwingt eure Ärsche rein. Da ist er. Ich weiß nicht, wer die neuen Freunde des Königs sind, aber sie nehmen uns aus die Gänse. Hier ist... So. So, beklauen wir den guten Mann noch eben. Kills mit der Frontur. Okay. das ja genau das ist der schleich das war nicht das ohne kugeln bist du so nützlich wie ein toter fisch im wasser wenn ich dich noch mal beim spielen erwische stoppe ich dir das ganze kartendeck in die käle mit wem redet er doch auf die gesunde Ich blieb dich, was du willst! Boah! Irgendwie will ich auch weh! So, jetzt kann ich es! Tschüss! Ah! Okay. Noch einmal. Ich weiß nicht, wer die neuen Freunde des Königs sind, aber sie nehmen uns aus wie Gänse. Hoffentlich habe ich genug. Was sie wohl diese Woche verlangen. Weitere Tribute für seine Hoheit. Besser das als die... Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh! 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 Okay. Der Typ hat mich also entdeckt. Die sind hier überall. Pass auf! Oh! Ah! 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 Ist das wahr? Liebe Leutchen, ich mache an dieser Stelle erstmal eine Ausnahmepause. Bevor das hier in Frust endet. Ach, Göttchen. Ich war so weit. Na gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Traumhaften Tag noch. Ciao, ciao. Euer Geri.